Ich habe vor allem über ein paar Bücher gesprochen und gerade die Tage muss ich daran denken. Vor zwei Tagen hat es sich zum 500. Mai gejährt, dass das sogenannte September-Testament veröffentlicht wurde. Martin Luther hat die Bibel in ein Deutsch übersetzt, das die Menschen verstehen konnten. Und das hat etwas losgetreten, was sich damals noch keiner denken konnte. Eine Reformation, eine Erneuerung der Kirche an vielen Orten, an vielen leider auch nicht. Aber wir dürfen Gottes Wort in unserer Sprache haben. Und ich erinnere mich gut an eine Zeit von vor gut 20 Jahren. Wir hatten wirklich fast in jeder Gebetsstunde dafür gebetet. Herr, gib doch, dass wir noch mehr wirklich gute, solide, auch reformierte, bibeltreue Literatur in Deutsch bekommen. Und ich freue mich, dass wir jetzt zwei Verlage auch hier haben, die das machen. Und es gibt noch ein paar mehr und mittlerweile wird so viel auch übersetzt, aber auch geschrieben. Man kann es kaum lesen, weil es so viel ist. Aber es ist gut und es ist nahrhaft und es ist ein großer Segen, den ihr auch mit eurem Dienst tut. Danke auch dafür. Ja, ich möchte einen Vers vorhin anstellen, den vielleicht auch jeder kennt aus dem ersten Johannesbrief. Ein Vers, dort heißt es im ersten Johannesbrief in Kapitel 4 eigentlich zweimal, den Vers 8 und Vers 16. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wie klingt das für dich? Also, wenn du nicht aufs Stein bist, dann sind das Worte, die lassen sie uns so richtig warm ums Herz werden. Gott ist Liebe. Wie herrlich. Wie wunderbar. Wie schön. Es begeistert uns. Ja, wir haben einen Gott, der ist nicht stoisch, unpersönlich, abgewandt. Nein, Gott ist Liebe. Es charakterisiert ihn. Es ist sein Wesen. Es begeistert uns. Und wir wärmen uns in unserem Inneren fast so wie an einem knisternden Feuer. Es tut uns gut, über Gott nachzudenken, der Liebe ist. Wenn wir dann hören, Gott ist dreieinig. Oder Gott ist Trinität. Dann klingt das für uns vielleicht nicht mehr ganz so emotional. Nicht mehr ganz so prickelnd. Es ist eher so ein bisschen, oh ja, ich glaube das auch. Was soll ich damit anfangen? Wir sind hier nicht ganz so emotional berührt oder angesprochen vielleicht. Wenn es uns heute gelingt, genau das ein Stück zu ändern, dann haben wir am Ende dieses Tages sehr, sehr viel erreicht. Wenn es uns gelingt, in der Erkenntnis Gottes und in der Erkenntnis seiner dreieinigen Person so zuzunehmen, dass wir in einer noch lebendigeren, innigeren Beziehung zu diesem dreieinigen Gott stehen, dann haben wir wirklich sehr viel gewonnen an diesem Tag. Und wenn wir am Ende des Tages dann noch inbrünstiger singen können und wenn wir morgen zum Gottesdienst kommen, dann werden wir dieses Lied nochmal singen, wie wir es gerade gesungen haben. Erheb dich, steig zu ihm empor und lern ihn Recht erkennen, denn solch Erkenntnis bringt dir Ruhe und macht dein Seele brennen. In seiner Liebe, die uns nährt, zum ewigen Freudenleben, da, was all hier kein Ohr gehört, wird zu schauen geben, den Augen seiner Kinder. Wenn uns Gott mit dieser Freude an ihm erfüllt, der Freude an dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Denn wie wir es gerade vorhin schon gehört haben, ist das diese Lehre, diese Lehre der Dreieinigkeit, die Grundlage unserer ganzen Gemeinschaft mit Gott und unserer sorgenfreien Abhängigkeit von ihm. Ich möchte am Anfang dieses Vortrags gerne gleich ein Gebet vorlesen. Ein Gebet von einem lutherischen Theologen des 16. Jahrhunderts. Er war Professor an der Universität Wittenberg, Hebraist, also einer, der sich mit Hebräisch auskannte, ein Hebräisch-Wörterbuch veröffentlicht hat, eine hebräische Grammatik veröffentlicht hat. Er hat ein weiser und gelehrter Mann, ein Theologe, der aber auch einen innigen Glauben an den Herrn Jesus hatte und auch Erbauungsliteratur geschrieben hat. Wir tun uns heute manchmal schwer, das zusammenzubekommen, dass Theologen, die sich so mit Theologie befassen, auch für die wahren Seelen etwas tun. Aber er hat das zusammengebracht. Dieser Mann heißt Johann Habermann. Er ist heute vielleicht nicht mehr so bekannt, aber gerade dieses Erbauungsbuch, das er geschrieben hat, das war durchaus sehr lange Zeit sehr weit verbreitet. Und er schreibt dort ein Gebet für Kranke und formuliert das so. O Herr, himmlischer Vater, du bist ein getreuer Gott und lässt niemand über sein Vermögen versucht werden, sondern schaffst, dass die Versuchung also ein Ende gewinne, dass er es ertragen kann. Ich bitte dich, in meinen größten Nöten und Schmerzen, lass mir das Kreuz nicht zu schwer werden. Stärke mich, dass ich es mit Geduld ertragen möge und an deiner Barmherzigkeit nimmermehr verzage. O Christe, des lebendigen Gottes Sohn, der du des Kreuzes Pein für mich gelitten hast und endlich für meine Sünden gestorben bist, zu dir rufe ich aus, Grund meines Herzens, erbarme dich über mich, armen Sünder, vergib mir alle Missetat, die ich wieder dich in meinem ganzen Leben getan habe, lass mich im Glauben nicht sinken. O Gott, heiliger Geist, du wahrer Tröster in aller Not, erhalte mich in aller Geduld und im rechten Gebet, heilige mich in deiner Liebe und Gemeinschaft und weiche nicht von mir in meiner letzten Not, leite mich aus diesem Jammertal in das rechte Vaterland. Amen. Merkt ihr, wie herrlich die drei Personen Gottes hier in ihrer jeweiligen Person in diesem Gebet anbetet? Das zeigt uns so anschaulich, wie diese Lehre der Dreieinigkeit die Grundlage unserer ganzen Gemeinschaft mit Gott und unserer sorgenfreien Abhängigkeit von ihm ist. Gott ist unbegreiflich. Wir können uns nur so ganz klein bisschen vortasten, um ihn besser zu verstehen. Sein Wesen kann am letzten Grund aber nur von ihm selbst begriffen werden. Wir können heute nur einen kleinen Versuch wagen, ihn ein klein wenig mehr kennenzulernen, ihn etwas mehr zu verstehen, zu einer bewussteren und zu einer klareren Beziehung zu ihm, in den drei Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist zu gelangen. Das wollen wir jetzt im Blick auf den Vater tun und über ihn nachdenken, genauer über die Liebe des Vaters. Wir hatten ihn vorhin schon gehört, diesen letzten Vers des zweiten Korintherbriefs, in dem Paulus so wunderbar die drei Personen Gottes zusammenbringt. 2. Korinther 13, Vers 13 Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, in Klammern des Vaters, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und diese Liebe des Vaters, die wollen wir uns jetzt etwas genauer ansehen. Und zunächst als erstes das Wesen der väterlichen Liebe. Gott ist Liebe. 1. Johannes Kapitel 4 Dieses Kapitel könnt ihr hier an dieser Stelle gerne mit aufschlagen. Ich werde noch eine ganze Menge anderer Verse immer wieder zitieren, aber das soll uns so ein bisschen auch als Grundlage dienen. 1. Johannes Kapitel 4 Diese Eigenschaft wird Gott ganz besonders aus dem Vater zugeschrieben. Er ist Liebe. In den Versen 7 bis 10 1. Johannesbrief Kapitel 4 Die Verse 7 bis 10 Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und natürlich lieben alle drei Personen Gottes. Alle Personen Gottes sind Liebe. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber hier wird die Liebe als besondere Eigenschaft dem Vater zugeschrieben. Denn es heißt hier in Vers 9, dass die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden ist, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Es ist also Gott der Vater, der seinen Sohn sendet und dadurch seine Liebe offenbart. Seine Eigenschaft, die Gott als dem Vater ganz besonders zugeschrieben wird, die ihn besonders auszeichnet. Aber was ist das für eine Liebe? Wie können wir diese Liebe verstehen? Oder was kennzeichnet diese Liebe? Ein erstes ist eine ewige Liebe. Sie ist ewig. Sie war schon immer Teil des Wesens Gottes, wie wir es auch in dem ersten Vortrag schon gehört haben. Weil Gott drei Personen ist, gab es schon immer diese Beziehung unter diesen drei Personen. Und diese Beziehung ist von Liebe geprägt und getragen. Gott brauchte nichts außerhalb von sich selbst, um lieben zu können. Denn diese drei Personen waren miteinander durch das Band der Liebe verbunden. Wir lesen einmal davon, dass Gott sein Volk daran erinnert, dass er sein Volk mit ewiger Liebe geliebt hat. In Jeremia 31, Vers 3, Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Gottes Liebe ist ewig. Er liebt aus sich heraus. Es ist Teil seines Wesens. Und das seit aller Ewigkeit. Gottes Liebe fing nicht erst an, als es die Welt gab oder als es die Menschen gab, sondern Gottes Liebe war vorher schon da. Und wie herrlich ist das. Ehe es irgendetwas außerhalb von Gott gab, was irgendwie hätte vielleicht liebenswert sein können, hat Gott schon geliebt. war Gott Liebe in seiner Person. Ehe es uns gab und wir vielleicht irgendwie etwas Liebenswertes hätten tun können, hat Gott auch uns schon geliebt. Gott liebt uns von Ewigkeit her. Der Vater. Es gab uns noch gar nicht. Wie können wir uns das vorstellen? In seinem ewigen Ratschluss, den der dreieinige Gott untereinander mit sich gefasst hat, hat er sich schon bestimmte Menschen auserkoren, um sie zu lieben. Und es gab sie noch gar nicht. Ich habe ein schwaches Bild überlegt. Das ist vielleicht so ein bisschen zu verstehen. Ein bisschen. Wenn es Menschen gibt, die sich gerne mögen, die heiraten und die den Wunsch haben, Kinder zu bekommen. Sie bauen vielleicht ein Haus und bauen ein Kinderzimmer hinein und richten es ein mit Möbeln, aber es gibt noch überhaupt kein Kind. Aber sie lieben schon dieses Kind, das noch gar nicht da ist. Ein schwaches Bild. Vielleicht hilft es uns ein wenig, uns das vorzustellen, wie es sein kann, dass Gott vor aller Ewigkeit bestimmte Menschen geliebt hat, die es noch gar nicht gab. Seine Liebe ist ewig. Und sie ist frei. Das ist das Zweite. Gott liebt uns, weil er das will. Es gibt und es gab nichts in uns, weshalb Gott uns lieben müsste, was uns so attraktiv machen würde für Gott, dass er sagt, oh, das muss ich unbedingt haben, der muss es sein. Nein, das haben wir nicht mitzubringen. ganz im Gegenteil. Aber er liebt uns, weil er uns lieben will. Es ist Gottes Entscheidung. Es ist Gottes freie Entscheidung gewesen. Paulus fasst es mal in dem Titusbrief, oder bringt das da sehr schön zusammen, in Titus 3, in den Versen 4 und 5. Als er aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Oder wie es hier heißt im 1. Johannesbrief, im Kapitel 4, Vers 19, Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat uns geliebt. Von ihm ging die Liebe uns gegenüber aus. Und in seiner Liebe, diese Liebe, die er in sich schon immer hat, hat er vor aller Ewigkeit, es gab noch keine Welt und keinen Menschen und nichts außer Gott, einen Ratschluss gefasst und Menschen erwählt aus Liebe. Mepheiser Brief im 1. Kapitel, in den Versen 4 und 5, lesen wir, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, weil er es wollte. Viele Bibelübersetzungen nehmen diesen Ausdruck in seiner Liebe auch zu dem Vers davor. Auch das geht, das ist nicht ganz klar hier. Aber es passt auch sehr gut zu dem Folgevers. Auch das ist möglich, sprachlich beides korrekt eigentlich und es ist nicht ganz sicher. Aber in seiner Liebe hat er uns davor vorherbestimmt. Liebe hat Gott bewogen, vor aller Ewigkeit. Menschen aus freien Stücken, weil er es wollte, zu erwählen. Und Gott liebt, wen er möchte. Und das Einzige, was ihn dazu bewogen hat, ist, dass er es wollte. Es war sein freier Wille, sein freier Entschluss, den er in diesem ewigen Ratschluss gefasst hat und fragt mich nicht, warum. Es gibt keine Antwort darauf, außer Gott ist Liebe. Und Liebe hat ihn bewogen, das zu tun. Ein drittes Kennzeichen dieser Liebe Gottes ist, dass sie unwandelbar ist oder unveränderlich. Stetig. Gottesliebe ändert sich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich selbst an diese Beziehungen denke, die mir ganz kostbar sind, meine Ehefrau, meine Kinder, aber da gibt es Zeiten, da ist es mehr und dann gibt es Zeiten, da ist es wieder weniger und inniger und nicht so innig. Ja, insgesamt wächst es hoffentlich auch, ja, ich denke schon, aber es ist nicht so, dass ich sagen kann, es war immer 100%. Das wünschen wir uns, aber wir sind nicht so. Es ist beschämt. Selbst die Allerliebsten, die wir unglaublich lieben, lieben wir nicht immer gleich. Bei Gott ist das anders. Er liebt immer gleich. Das ändert sich nie. Es ändert sich nie. Gott, der Vater, liebt konstant, unveränderlich mit der gleichen Liebe. Nein, ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Malachi 3, Vers 6. Oder Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Gott ändert sich nie. Seine Liebe hat nie nachgelassen. Wir wären sicher alle verloren, wenn es anders wäre. Aber Gott liebt unveränderlich, unwandelbar. Immer. Und ein viertes, Gott liebt konkret. Er liebt ewig, frei, unwandelbar, aber nicht einfach so wahllos jeden. Gott liebt die Menschen, die er in seinem ewigen Ratschluss erwählt hat und er geht an anderen vorüber. Und wir wissen nicht, was Gott bewogen hat, den einen zu lieben und den anderen nicht, außer, dass es ein freier Entschluss war. Aber wir wissen, dass es so ist, weil die Schrift es so bezeugt und unsere Erfahrung es auch bestätigt, dass es Menschen gibt, die verloren gehen, dass es Menschen gibt, an denen Gott vorübergegangen ist. Wir lesen das im Römerbrief in Kapitel 9, Vers 13, ein Zitat aus Malachi 1, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Gott hat nicht einfach alle Menschen irgendwie ganz gerne. Ja, im gewissen Maße schon, denn es gibt eine allgemeine Gnade Gottes, wo er die Sonne aufgehen lässt, über Böse und Gute, es regnen lässt, über Gerechte und Ungerechte, Matthäus 5, Vers 45. Aber in seiner speziellen Gnade erwählt und liebt Gott ganz bestimmte, ganz konkrete Menschen, Menschen wie Jakob und andere nicht, wie Esau. Und das ist ein spannendes Thema und das will der eine oder andere vielleicht auch nochmal gründlicher angehen, kann ich euch nur empfehlen, vielleicht schon wieder John Owen, Leben durch seinen Tod, aber eben auch an Gottes Wort geprüft. behaltet es euch im Hinterkopf. Und wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr es immer wieder finden, dass Gott ganz konkret bestimmte Menschen liebt. Gott liebt seine Erwählten mit ewiger, freier, unwandelbarer und konkreter Liebe. Doch jetzt gibt es ein Problem seit dem Sündenfall. Seit dem Sündenfall sind wir Menschen von Natur aus so unendlich weit von Gott entfernt. Wir sind Sünder, er ist heilig. Wir haben nicht seine Liebe, sondern seinen ewigen Zorn verdient. Und wie kann es jetzt möglich sein, dass Gott Menschen, die er erwählt hat, die er liebt, die aber Sünder sind, in eine Beziehung zu ihm treten können, zu ihm, dem heiligen Gott? Wie kann diese schier unendliche Kluft jemals überbrückt werden? Und ihr wisst es aus dem Petrusbrief vielleicht, ja auch die Engel im Himmel haben sich gefragt, wie soll das funktionieren? Aber Gott, hat der dreieinige Gott, hat in seinem ewigen Ratschluss vor aller Zeit auch diesen Entschluss gefasst, dass der Sohn diese Aufgabe übernehmen sollte, diese Kluft zu überwinden. Und das ist der zweite große Punkt, die Liebe des Vaters im Sohn. So zeigt sich jetzt die Liebe Gottes des Vaters in ganz besonderem Maß in der Liebe zu seinem Sohn Jesus Christus. Und ihr kennt alle den Vers aus Johannes Kapitel 3 Vers 16 Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Liebe hat Gott den Vater bewogen, seinen Sohn in die Welt zu schicken, um dieses Problem der Sünde zu lösen. Um dieses Problem zu lösen, dass diese Menschen von Ewigkeit erwählt und geliebt in diese Gemeinschaft mit Gott treten können. Und Jesus Christus kommt in diese Welt mit der Mission, diejenigen zu retten, die ihm der Vater gibt. Könnt gerne auch damit hineinsehen in Johannes Kapitel 6, Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 37 bis 40. Dort sagt Jesus, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und da lese ich noch Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wie können wir jetzt mit Gott, dem Vater, versöhnt werden? Wie können wir gerettet werden aus diesem Elend, dass wir Sünder mit Gott eigentlich von Natur keine Gemeinschaft haben können, weil wir Sünder sind und nicht heilig sind? Es gibt nur einen Weg und Jesus sagt es hier, in der Apostelgeschichte lesen wir es, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Das ist der einzige Weg, die einzige Möglichkeit. Durch den Glauben an Jesus können wir mit Gott, dem Vater, versöhnt werden, denn es ist in keinem anderen das Heil und auch kein anderer Name ist unter dem Himmel den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden müssen, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Jesus Christus. Ich muss mich hier ein bisschen kurz fassen, weil wir werden noch über ihn hören im nächsten Vortrag. Aber allein durch den Glauben an Jesus Christus werden wir gerettet und es gibt keine andere Möglichkeit, mit Gott, dem Vater, versöhnt zu werden. Und Gott hat diesen, seinen geliebten Sohn die Welt gesandt, um als sündloser Mensch in dieser Welt das Gesetz Gottes vollkommen zu erfüllen und um am Kreuz die gerechte Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient haben. Den gesamten Zorn Gottes, er, der Gerechte, wurde zur Ungerechtigkeit, damit wir Gerechtigkeit empfangen in ihm. Unfassbar. Aber Gott hat das getan, aus Liebe. Liebe hat den Bewogen, das zu tun. Gottes Wort kleidet diese herrliche Wahrheit noch in ein wunderbares Bild, in dem dann die Liebe des Vaters, neben die Liebe des Vaters auch noch die Liebe des Sohnes in den Vordergrund gerückt wird. Eingebettet in Liebe haben der Vater und der Sohn in diesem ewigen Ratschluss beschlossen, hat der Vater beschlossen, dass er seinem Sohn eine Braut geben möchte. Die Gemeinde. Und diese sollte der Sohn sich in seiner hingebungsvollen Liebe erretten und erwerben. In Epheser 5 lesen wir davon im Vers 25 und folgende ihr Männer liebt eure Frauen wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Wir singen in einem Lied die Kirche steht gegründet vom Himmel kam er nieder und wählte sie zur Braut hat sich mit seinem Blute ihr ewig anvertraut. Aus Liebe ist Christus für uns ans Kreuz gegangen. Wir lesen das am Ende von Gottes Wort im 19. Kapitel der Offenbarung dass es dann ein Hochzeitsmahl geben wird. Diese Hochzeit zwischen Christus und dem Bräutigam und der Braut der Gemeinde die dann in die himmlische Herrlichkeit eingeht. Was hat Christus bewogen? Was hat dem Vater bewogen Christus zu senden? Liebe. Ewige freie unveränderliche Liebe. So hat Gott der Vater seinen einzigen geliebten Sohn gesandt um Sünder zu retten. Beschlossen in diesem ewigen Ratschluss um uns zu Kindern Gottes zu machen. Wie geschieht das? Wir erfahren das, wir erleben das durch die Wiedergeburt zu neuem Leben bewirkt durch Gott den Heiligen Geist. Und hierin wenn wir das erfahren wird die Liebe Gottes zu uns lebendig und erfahrbar. Das bringt uns zu dem dritten Punkt und ihr merkt schon da sind sie wieder die drei Personen Gottes die Liebe des Vaters durch den Geist. Wie kommt die Liebe Gottes konkret zu uns? Wie wird das erfahrbar für mich das Gott Gott nicht vor Ewigkeit geliebt und erwählt hat? Durch Jesus Christus seinen Sohn in der Zeit erlöst hat? Durch den Heiligen Geist? So hat es Jesus selbst verheißen. Wenn ihr noch im Johannes Evangelium seid, dann vielleicht ein paar Seiten weiter geblättert bis zu Kapitel 14 in Vers 23 Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 23 Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer wird kommen? Gott der Vater und Gottes Sohn. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir werden gleich sehen, das geschieht durch den Heiligen Geist. Wenn wir Jesus lieben, wenn wir an ihn glauben, dann zieht der Heilige Geist mit seinem Heiligen Geist in unser Leben ein, in unser Herz wird das in der Bibel dann so genannt. Und er macht Wohnung in uns. Was ist das für eine gewaltige Wahrheit? Wie einst diese Wolke, diese Shekinah, in der Gott sozusagen ein Stück sichtbar war, im alten Bund, in die Stiftshütte eingezogen ist, also in dieses Zeltheiligtum in 2. Mose 40 oder diese später dann den Tempel erfüllte als Salomo in Einweit in 1. Könige 8. So werden wir zum Tempel Gottes wenn Gott mit seinem Geist in unsere Herzen einzieht. Das ist der größte Ausdruck von Gottes Liebe, den wir in dieser Welt, in dieser Zeit erfahren dürfen, wenn er in unserem Herzen Wohnung macht. Da heißt es in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist der uns gegeben worden ist. Seht wie die Liebe des Vaters sich in seinem Sohn zeigt, der uns mit Gott versöhnt und wie der Vater und das Sohn durch den Heiligen Geist neues Leben schenkt, Wiedergeburt dazu, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben auf einmal einen neuen Vater. Wie herrlich sehen wir in den drei Personen Gottes die ewige Liebe des Vaters. Ich hatte diese Stelle vorhin schon genannt aus Titus 3. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den hat er durch Jesus Christus unseren Retter reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Gott der Vater hat vor aller Zeit aus freien Stücken bestimmte Menschen erwählt, weil er sie mit ewiger Liebe liebt und um diese sündigen Menschen zu seinen eigenen Kindern machen zu können, hat er seinen geliebten Sohn in die Welt gesandt, damit er die Sündenschuld dieser ewig erwählten und geliebten Menschen tilgt und uns mit Gott dem Vater versöhnt. Durch den Heiligen Geist ruft Gott nun die Menschen zur Buße auf, dass sie ihr alterssündiges Leben hinter sich lassen und fortan im Glauben an den Gekreuzigten als wiedergeborene Kinder Gottes in neuem Leben wandeln. Wie sieht das jetzt aus? Ein viertes unsere Gemeinschaft mit dem Vater in Liebe. Unsere Gemeinschaft mit dem Vater in Liebe. Zunächst die Liebe des Vaters zu uns. Als Gläubige, wenn wir das erlebt haben, was ich gerade beschrieben habe, wenn wir diese Wiedergeburt erfahren haben, sind wir jetzt auf einmal Teil der Familie Gottes, adoptierte Kinder Gottes und haben Gott als unseren Vater. So sagt Gottes in seinem Wort in 2. Korinther 6, Vers 17 und 18, ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier müssen wir jetzt mal echt innehalten und überlegen, was heißt das? Was bedeutet das? Gott macht uns zu seinen Kindern. Von Ewigkeit der dreieinige Gott hatte hatte der Vater einen Sohn und durch ihn, diesen Sohn Jesus Christus macht er uns zu einer riesigen Familie, in der wir als Brüder und Schwestern vereint einen himmlischen Vater haben. Und von Gott dem Vater leitet sich jetzt auch jede Vaterschaft ab, also dieses Verhältnis von Vater zu seinen Kindern, wie wir es aus dieser normalen natürlichen Welt kennen. Paulus bekennt das einmal in Epheserbrief Kapitel 3 Vers 14 und 15 Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Gott der Vater ist sozusagen der Urvater, von dem sich jede andere Idee und jedes andere Erleben von Vater- und Kindbeziehung überhaupt erstmal ableitet. Und so ist Gott der Vater jetzt auch unser Vater. Er ist uns nicht mehr fremd, wir dürfen ihn kennen. In Römer 8 Vers 15 Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist der Sohnschaft ist der Heilige Geist, der Geist Jesu Christi. Mit Jesus im Herzen rufen wir so Gott als unseren Vater an. Mit dem Sohn Gottes in unserem Herzen ist Gott der Vater auch unser Vater geworden. In Galater 4 Vers 6 heißt es da, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft aber Vater. Gott der Vater ist jetzt unser Vater. Vater, der uns liebt. Und wie erfahren wir diese väterliche Liebe des himmlischen Vaters? Ein erstes durch sein Erbarmen. Gott, der Vater, erbarmt sich über uns, er kümmert sich liebevoll um uns, wie sein liebevoller Vater eben tut für seine Kinder. In Psalm 103 Vers 13 sagt Gottes Wort uns, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Wie sieht das ganz praktisch aus? Jesus hat uns einmal versprochen, dass unser Vater im Himmel unser Gebet erhören wird. Und jeder von uns, der Kinder hat, der kann das so gut nach empfinden, was Jesus hier als Beispiel nennt. Ich lese euch das mal vor aus Lukas 11 Vers 9 bis 13 Da sagt der Herr Bittert und es wird euch gegeben werden Sucht und ihr werdet finden Klopft an und es wird euch geöffnet werden Denn jeder Bitternde empfängt und der Suchende findet und der Anklopfenden wird geöffnet werden Und jetzt das Bild Wen von euch der Vater ist wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird ihm statt eines Fisches etwa eine Schlange geben oder auch wenn er um ein Ei bete wird ihm doch nicht einen Skorpion geben Wenn ihr nun die ihr böse seid euren Kindern gute Gaben zu geben wisst wie viel mehr wird der Vater der vom Himmel gibt den Heiligen Geist denen geben die ihn bitten Gott erbarmt sich unser wenn wir ihn bitten kümmert er sich um uns das hat er uns versprochen und Gott wird uns nichts vorenthalten was gut für uns ist wenn wir ihn darum bitten überhaupt rufen wir Gott im Gebet als unseren Vater an so hat es uns Jesus gelehrt wie sollen wir beten Fragen in die Vater unser im Himmel und so wird sich Gott auch über uns als seine Kinder erbarmen und für uns sorgen und in diesem Vater unser können wir einiges finden auch wie wir für unser tägliches Brot beten für unseren Umgang mit dem Nächsten und unsere Sünde wie wir Gott verherrlichen so beginnt dieses Gebet aber Gott wird sich unser erbarmen aber er möchte auch gebeten sein ein zweites Gott gibt Schutz er beschützt uns und hier haben wir wieder dieses herrliche Bild vom Vater wenn ich als Vater mich um meine Kinder kümmere wenn sie Durst haben kriegen sie was zu trinken sie sagen mir aber Papa ich habe Durst ich möchte gerne was trinken aber dann kriegen sie das auch normalerweise so kümmere ich mich auch drum wenn Gefahr ist ja wenn da irgendwo so ein wilder Hund rumläuft dann schau ich schon dass die Kinder da vielleicht beschützt werden und so kümmert sich Gott auch um uns und er schützt uns in Sprüche 14 Vers 26 lesen wir in der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen auch seine Kinder haben eine Zuflucht bei Gott haben wir einen Ort der Zuflucht und so wenn Kinder Angst haben wo laufen sie hin zum Papa oder vielleicht auch zu Mama aber zu den Eltern sie suchen Schutz Hilfe Trost und so dürfen wir bei unserem himmlischen Vater der uns liebt auch diesen Schutz finden diesen Trost diese Geborgenheit unser Vater kümmert sich um uns also unsere Kinder er ist unsere feste Burg wie wir das auch gerne besingen und ein drittes Fürsorge Gott unser himmlischer Vater kümmert sich auch um uns dass wir gut versorgt sind ich weiß nicht wie es bei euren Kindern ist aber unsere Kinder machen sich meistens keine großen Gedanken und Sorgen über was soll ich anziehen was gibt es zu essen da kümmern sich die Eltern darum dass es da ist und so kümmert sich auch Gott um uns dass dass wir versorgt sind er sagt uns seid um nichts besorgt in Matthäus 6 nicht für euer Leben was ihr essen was ihr trinken sollt noch für euren Leib was ihr anziehen sollt ist das Leben nicht mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung seht auf die Vögel des Himmels dass sie weder säen noch ernten noch in ihren Scheunern sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch seid ihr nicht viel wertvoller als sie wir müssen uns nicht sorgen sondern dürfen bei Gott versorgt sein und das ist ein wunderbarer Trost Gott der Vater sorgt für uns als seine Kinder und es gibt keinen Grund für uns dass wir uns Sorgen machen er wird für uns sorgen und er möchte ja er möchte dass wir bitten Gott gibt uns unser Vater gibt uns unser tägliches Brot heute aber dann hat er verheißen dass er es auch tut und er weiß was gut ist für uns und er wird uns das geben was gut ist und was wir brauchen können nicht unbedingt das was wir uns wünschen ja da gibt es ja auch manchmal Kinder die kommen so gefühlt häufiger sagen wie wäre es mit Schokolade und dann sagen wir auch ab und zu mal nein aber so ist es eben bei Gott dem Vater auch er kümmert sich um uns und sorgt für uns dass wir auch das bekommen was gut ist für uns und was wir tatsächlich benötigen schließlich erfahren wir auch dass uns Gott erzieht wir lesen von viertens dann vierter Unterpunkt von Gottes Züchtigung er kümmert sich um uns auch wenn wir auf Abwege geraten dass wir zurecht gebracht werden dass wir nicht in die Irre gehen mit den nötigen mitteln mit der nötigen stränge in Hebräer 12 Vers 4 bis 7 heißt es ihr habt dem Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden offensichtlich gab es da ein Problem Sünde war noch nicht wirklich besiegt und habt die Ermahnung vergessen die zu euch als Söhnern spricht mein Sohn und ermatte nicht wenn du von ihm gestraft wirst denn wen der Herr liebt den züchtigt er er schlägt aber jeden Sohn den er aufnimmt was ihr erduldet ist zur Züchtigung Gott behandelt euch als Söhne denn ist der ein Sohn den der Vater nicht züchtigt und dort wo wir im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden haben wie es hier heißt schaut der himmlische Vater nicht einfach zu wie wir weiter vor uns hinwursteln und mit Sünde uns abgeben und in Sünde leben wenn wir in den Sumpf der Sünde geraten ruft er uns zur Buße und er erzieht uns väterlich je nachdem wie wir es nötig haben und er tut das aus Liebe zu uns weil er uns davor bewahren will dass wir in einer Weise leben die uns schadet und ihn entehrt beachtet wie da hier betont wird dass der Vater uns mit Liebe erzieht Liebe bedeutet eben nicht einfach alles durchgehen lassen ganz im Gegenteil Liebe bedeutet dass er nur das Beste für uns will und uns auch streng in die Schranken weist wenn wir auf dem Irrweg der Sünde sind und so dürfen wir Gott als unseren Vater erleben und erfahren der sich über uns erbarmt der sich über der uns beschützt der für uns sorgt und der uns auch liebevoll züchtigt und erzieht und abschließend noch ein paar Gedanken wie sollen wir darauf reagieren unsere Liebe zum Vater wie begegnen wir als Kinder jetzt dem himmlischen Vater als seine geliebten Kinder die er liebt sollen auch wir ihn lieben 1. Johannes 4 Vers 19 wo wir angefangen haben heute wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat dann hat uns der Herr das aufgetragen das ist das erste und größte Gebot du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand Matthäus 22 37 oder 5. Mose 6 Vers 5 und dann ein Vers den ich besonders gerne mag den wollte ich euch nicht vorenthalten Corinna Gruß an dich das ist unser Trau Vers 5. Mose 10 Vers 12 bis 13 und nun Israel was fordert der Herr dein Gott von dir als nur den Herrn deinen Gott zu fürchten auf alle seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben dem Herrn deinem Gott zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnung an die ich dir heute gebe hältst dir zum Guten Aber es ist ein kleiner Unterschied zwischen der Liebe des Vaters zu uns und unserer Liebe zum Vater während uns der Vater vollkommen liebt bleibt unsere Liebe doch am Ende schwach und eine Reaktion auf seine Liebe denn von ihm geht die Liebe aus nochmal erst Johannes 4 Vers 10 hierin ist die Liebe nicht dass wir Gott geliebt haben sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden die Liebe des Vaters geht immer unserer Liebe zu ihm voran und er hat uns schon geliebt von Ewigkeit und er hat uns schon geliebt als wir noch Sünder waren wie es im Römerbrief im 5. Kapitel im Vers 8 heißt Gott erweist seine Liebe zu uns darin dass Christus als wir noch Sünder waren für uns gestorben ist wenn er uns liebt entspricht das voll und ganz seinem Wesen denn Gott ist Liebe das ist Gott in sich Gott der Vater liebt uns völlig grundlos denn es gibt nichts weshalb er uns lieben müsste wenn wir Gott lieben dann hat das immer einen Grund wir lieben unseren Vater weil er uns zuerst geliebt hat und weil es noch hunderttausend andere Gründe gibt warum wir Gott lieben aber wenn Gott uns liebt gibt es keinen Grund dafür Psalm 116 betet der Psalmbeter ich liebe den Herrn denn er hört meine Stimme und mein Flehen wir können immer so eine Begründung hinterher setzen warum wir Gott lieben aber warum Gott uns liebt dafür gibt es keinen Grund außer seine Liebe und so sehen wir wie unsere Liebe weit weit hinter seiner bedingungslosen grundlosen Liebe zu uns zurückbleibt John Owen fasst das so schön zusammen die Liebe Gottes ist wie er selbst gleichbleibend konstant sie nimmt weder zu noch ab unsere Liebe ist auch wie wir selbst wechselhaft zunehmend abnehmend wachsend oder rückläufig was heißt das dann für uns ganz praktisch und konkret wie können wir die Liebe des Vaters praktisch erfahren und erwidern lasst uns als Kinder Gottes eine lebendige Liebesbeziehung zu unserem himmlischen Vater haben unser Vater liebt uns mit einer unbegreiflich großen Liebe er liebt uns ewig frei unwandelbar und konkret und wir haben das nicht verdient doch möchte Gott der Vater dass wir ihn zurück lieben wie zeigen wir das zeigt sich zunächst darin dass wir uns Zeit nehmen dass wir unser Leben in seinen Dienst stellen wenn wir eine Beziehung haben zu einer anderen Person braucht das Zeit die Beziehung zu Gott braucht Zeit ungestörte Zeit um Gemeinschaft mit ihm zu haben und dann hat uns der Vater ganz konkrete Mittel an die Hand gegeben sein Wort in dem wir die Stimme Gottes hören das Gebet in dem wir zu ihm reden die Sakramente in denen er zu uns spürbar seine Retter macht vergewissert und die Gemeinde der wir mit anderen Kindern Gottes als Brüder und Schwestern verbunden ihn verherrlichen und uns einander dienen und gemeinsam auf den Tag vorbereiten an dem wir in seine Herrlichkeit eingehen dürfen und mit der Braut als Braut Christi mit Christus dem Bräutigam vereint werden dürfen das sind die Mittel die Gott uns gegeben hat um ihn zu lieben und seine Liebe ganz konkret zu erfahren und lasst uns da einander ermuntern all diese Mittel auch reichlich zu gebrauchen um Gott mit unserer Liebe auch zu verherrlichen wie Paul Gerdes gedichtet hat erheb dich steig zu ihm empor und lern ihn Recht erkennen denn solche Erkenntnis bringt dir Ruhe und mach dein Seele brennen in seiner Liebe die uns nährt zum ewigen Freudenleben da was all hier kein Ohr gehört Gott wird zu schauen geben den Augen seiner Kinder möge der Herr uns ermutigen hier zu wachsen und ihn noch mehr zu lieben lasst uns darum beten unser Vater es ist unbegreiflich wie du vor Ewigkeit Menschen erwählt hast um sie in der Zeit durch deinen einzigen Sohn zu erlösen damit wir deine Kinder heißen dürfen und heute in einer Beziehung zu dir stehen dem dreieinigen Gott der von Ewigkeit Liebe ist und Liebesbeziehung in sich lebt dass wir von dir geliebt sind und dich zurücklieben dürfen wenn du in uns Wohnung gemacht hast als Vater Sohn und in deinem Heiligen Geist in unseren Herzen wohnst die Liebe Gottes dort hinein ausgegossen ist oh Herr es ist alles viel zu groß um das zu begreifen aber hier sind wir wie kleine Kinder strecken dir unsere Hand entgegen und vertrauen uns dir an als unserem lieben Vater dass du es gut mit uns meinst dass du uns für uns sorgst uns beschützt und uns erziehst möchtest du uns Gnade schenken dass wir hierin in der Liebesbeziehung zu dir auch zunehmen und gerade als Brüder und Schwestern auch als Gemeinde verbunden einander darin ermutigen und bestärken dass du darin verherrlicht wirst Amen haben jetzt einen kleinen Moment Pause Pause